Auf dem Moped. Ja gut, man könnte den auch abrunden. Na, ich überlege mal. Schau mal. Stotter. Ja, Kriego, WB. Man könnte das auch alles ein bisschen abrunden, ja. Okay, das heißt, du baust Wally bei dir nochmal nachher. Na, ich stelle den einfach irgendwo in die Wüste, wo nie jemand vorbeifährt. Okay. Aber ich müsste auch noch ein paar Stützen machen. Und dann ist ja auch bald wieder Horde. Dann kann ich auch was essen gehen. Morgen oder wann ist Horde? Ich hatte noch bei Dings in der Liste geguckt. Kratze, WB. Hallo, Kratzer. Ich rechne mal kurz. Ja, das hat nicht funktioniert mit Wally. Total komisch. Also einmal stimmte das mit dem Stahl nicht. Und dann war noch irgendwas. 551 ist Horde. Und was haben wir jetzt? 551. Na dann. Mittag. Können wir noch ein paar Stützen bauen. Kratzer sagt, hey, Betty. Hey, Kratzer. Also, Herr Zschäler, ich warte an diesem Häuslein, falls du dich noch erinnerst. Stimmt. Na gut. Na gut. Na gut. Ach so. Ach so. Kratzer storkt das. Mhm. Ass. Storkt Ass. Unsere Fachgespräche. Und dann kann ich ja wieder aus Moppet. Mhm. Alter, wieder erst mal hochschalten, was. Hm. fällt mir ein jetzt kommt er die feuerprobe für meine eine heimische mod reingebastelt okay praktisch würde ich brauche die taugt was ja wenn es eng wird noch mal gucken also ich habe fünf ihr diese kisten reingepackt wird denn ein bisschen halten die fünf stück wie wo reingepackt du meinst die braucht auch ach du scheiße deswegen halt ihm nur manchmal weil ich die aus versehen da drin ab okay ja man muss die da reinpacken ich kann ja auch welche geben genauso wie die magnum beim händler aber die muss halt auch geladen sein das wusste ich wiederum nicht dann ist bei mir auch zufällig immer geladen alter stock und stein oder was zweimal hintereinander von 95 auf 63 in vanilla macht so ein bus genau ein holz muss sich gerade mal testen ja die kannst du halt gerade am anfang einfach mit der hand verkaufen sind ganz gut ja 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 schon so ein kollege ich bin bei einer anderen quest ist ja wieder lustig ich komme nochmal rüber gefahren bei ist auch befallen quest stufe 2 ich habe schon gedacht wo meint ihr denn habe ich in einen stream geguckt okay so ein delay hatte ich auch noch nicht habe ich gedacht ist auch ein anderes haus quasi dasselbe haus glaube ich ja okay im briefkasten bogenschießen von fünf kann ich bestimmt noch nicht weil bogenschießen habe ich den briefkasten habe ich dir auch was reingelegt frischgebacken meine drohne ach so für deine drohne ja stimmt hier ganz kisten immer ok erst mal rein Tür ist auf Schnaps Bücher Jetzt hier eine zweite Etage Ja Ah Hinter dir Ja Ist der jetzt tot oder nicht? Ja Doof nur stand nur rum Ach Ach siehst du Da hat sie gleich geheilt Cool Ja Runter 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 gefallen All right Gut 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 Super Es ist sehr gemütlich das kleine Zimmer Okay Es ist überschaubar das Haus glaube ich Hier ist noch eine verschlossene Tür Mhm Okay die geht ins Wohnzimmer So Sonst nix hier drum rum Versteckter Eingang Nö Okay Na denn Let's go Warte mal Ich bin voll Natürlich Hau Hau Äh 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 Ein paar Inventarplätze habe ich noch so Sechs Stück Loll Okay Na gut Gut Ähm Müsst du deine Quizzeilen Müsst du deine Quizzeilen Okay Dann Lässt du das 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 Co Lässt du das Lässt du das Okay, ich schleife die Treppe hoch. Hm? Hm. Gut. So viel zur Treppe hochschleichen. Hm? Ich habe ein besseres Gehör. Incoming enemy. I have a conflict. Jetzt hat deine Schrotze das Ding hier weggehauen. Oh nein. Scheiße. Äh. Ich glaube das war es schon, oder? Hm. Cool. Okay. 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 Mit der Drohne passt auch nichts mehr? Nö. Auch voll. Ach. Nee, da ging da aus. Gut. Gut. Aber direkt danach die andere befallene Quest machen. Gut. Ja. Gut. Okay. Sorry. So, da sind wir. Okay, schon eine andere Bude. Okay. Stimmt. So ein Nebenhaus noch. Wenn wir mal durchgehen kurz. Hm. I've got a bad feeling about this. Hm? Ich muss doch keine Munition verschwenden. Ja. Magnum nehme ich ja kaum. Gegen richtige Zombies kann ich auch mit dem Stein schmeißen. Hat ungefähr. Ah. Im selben Effekt. Bude. Hier ist immer noch was. Oh. 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 Steht da da. Ja. Jetzt ist er weg. Und schon gelootet oder? Ah ne. Okay. Cool. Okay. Wir brauchen die schmerzen. Hören wir zu. Oh ja. Es geht mal. Ah ja, was wir machen? Hier ist auch noch ein Regal... Links... Ah ja, kann ich schon... Kochtopf... Ah ja... Da war man's Annex, ne? okay das ist dann noch einfacher war sie jetzt ist mein inventar auch fast voll du fertig bereit okay blut der den den weggeschmissen hat der licht noch hier auf dem boden geht gut mit der armenbrust super ja bei lautlos und bla schleichangriff sechsfach kriegst du bolzen wieder ja 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 Ach. Ach. Schön. Ja. Wir waren das. Ach. Keiner. Keiner. Was soll ich damit? Was ist denn hier noch? Ach. Hm. Okay. Wo ist meine Tronne? Krass, wo ist denn da draußen an uns? Bestimmt auf dem Balkon hier. Nee, der klemmt hier in der Wand. Ah ja. Ja. Der klebt in der Wand. Und der Arme, ne? Ja. 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 Äh. Kunststoff. Ach. Ach. Du heiliger Strohsack. Ich krieg nichts mehr. Also. bin Pool. Ähm. Wenn ich jetzt mein Moped unten hinstelle, kann ich das doch bestimmt befüllen. Ja klar. Ja klar. Dann mache ich. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, wieso steht mir vorne noch einer? Ja. Ja. Wir haben ja die Quest schon erledigt quasi. Ähm. Ja. Ja. So. So. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Okay. Dann geh ich nochmal hoch. Sehr schön. Dann können wir jetzt zum Händler lösen. Ähm. Ich weiß noch nicht welcher Händler es ist. Bestimmt der da bei Dragon, ne? Mhm. Ja. Richtung Nordwesten. Aber ich frage mich, warum mich meine Drohne nicht heilt. Ich habe nur 152 von 200. Also irgendwas ist bei mir komisch. Ja. Vielleicht habt ihr noch einen bestimmten Level erst. Okay. Hm. Na gut. Dann, let's go. Meinst du mit Skill, ja? Sozusagen. Ne, dass der ab einem bestimmten Level halt ist. Äh. Heilt. Also ich bin auch zu gesund auf Deutsch, ja? Ja. Okay. So meine ich. Genau. Auch. Mal, wie Sie sehen? Du kannst mich sagen. Und du kannst mich nicht so gut drauf. Oh. 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 Eeeh Überholt Full Speed M V44 Du du Dx Du 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 Ich musste erstmals verkaufen Denk an den Wagnam Ja, hab ich Eeeh Dasst da Tschüss Tschüss Auch und du kannst erst mal ich muss erst mal aus meiner drohne ich habe gar keinen platz muss erst mal was verkaufen ja wegwerfen so hier nimm mal zwei juka saft ja also mit escape kann es ja quasi erst mal abbrechen und verkaufen und dann wieder reingehen und dann deine quest geht auch aber ich habe erst mal den juka saft oh ich soll zwei wählen ok also kann ich noch mal zwei nehmen eine herren er stimmt wir haben zwei quests gemacht so so jetzt habe ich dem die knarre nicht hingehalten ach man denn juka saft ist hier im wasserbehälter ja ok hast du so lappern jetzt ja habe ich schon ja ja so so das weg dass das auch so m guck mal was der gute Mann hat mhm 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 nö brauche ich nicht brauche ich nicht Wasserfilter, guck mal. Ich habe noch ein paar in Reserve. In Reserve. In Reserve. Reserve. Gut, ansonsten, das brauche ich auch nicht unbedingt. All vehicles and persons entering this facility may be subject to search. Gut. Bei dem Getränkeautomaten hier daneben, also hier der Trink-Dings-Pings, da ist ein Yucca-Saft drin. Ich nehme wohl auch den Stahl. Wieso kann ich das nicht nehmen? Verstehe ich nicht. Ich reingehe und er sagt sozusagen, du hast hier deine Belohnung, ne? Abschließen. Erst anwählen, dann abschließen und das zweite wählen. So. Auswählen. Achso, abschließen. Gott, bin ich doof? Bin doof. Ein Großwildjäger. Hab ich mal geskillt. Jetzt bräuchte man das hier. Ja, ne? Obwohl, letztens hatte ich einen Bär ja wirklich gesehen. Hm. Hm. Das erste Mal in diesem Spiel stand. Also ich, äh, bin blöd. Ich kann die Quest nicht abschließen. Ja doch, mach das so. Abschließen. Ich wähle den Stahl aus, dann unten auswählen. Hm. Und dann ist nix. Zwei Sachen auswählen, oder? So, okay. Verstehe. Oh Gott. Äh. Äh. Ist klar. Hm. Mein Gott, wie viel haben wir denn gemacht? Zwei Stück, aber wenn du das gelernt hast, wagemutige Abenteurerin, dann kriegst du halt mehr raus. Stimmt. Welte zwei Questbelohnungen für deine kühnen Bemühungen. Hm. Wagemutige Abenteurerin. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich so wagemutig bin. Okay. Können wir noch eine Quest annehmen? Hm. Da müssen wir aber... Hm. Ich habe eine Kramküste da hinten. Ist auch Richtung meine... Also in die Stadt über uns. Okay. Goldsmith Residenz. Irgendwelche Zombies beseitigen. Oder Befallene. Lieber nur beseitigen war. Ich hatte nur abholen, säubern. Okay. Äh. 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 Hast du die da? Forza Etale schon gelesen? Ja. Ich habe mir heute den Rest bei Asarius aus dem Schrank geholt. Okay. Komm, ich nehme mir mal mit. Dafür habe ich ihm auch ein paar Goldtaler reingelegt. Er hatte die einfach nur in den Schrank unten reingelegt, in seinem Verkaufsstand da. Oh. Oh. Hm. Ich fahre ihm an meiner Kramkiste vorbei. Okay. Wer hat denn da eine rote Burg gebaut? Hm. Das ist, äh, Bredi. Und was ist das da? Musste ich erst mal sehen. Das Loch hier, oder was? Oder daneben? Nee, die, die Base da oben. Hm, nee, das ist keine Base. Das ist, äh, ein POI. Ja. Bredi. Okay. Er hat es auch schön farbig gemacht. Das mag ich. Ja, das Auto hier hat 0 HP. Kann man nicht abbauen. Die setet sich auch nicht. Hm. Und hier ist meine Kiste. Ah ja. Da. Magnum Level 2 freigeschaltet. Okay. Kannst du auch eine dran machen. Die Kiste? Kiste. Ja, stimmt. Das wäre natürlich klug. Und meine Tasche ist ja auch ein wenig gefüllt. Und was war mit dem Geländewagen? Kann man nicht abbauen. Der hat, äh, HP 0. Hm. Den hat gerade gelootet. Ist ja lustig. Aber, ähm, abbauen? Also kannst du den mit der Ratsche abbauen? Ne. Neu von 1000. Hm. Auch noch nicht gesehen. Hm. Hm. So, das da. Und das da. Jetzt markiere ich mir noch die Kiste. Wisse ich das, ja? Das wäre praktisch. Okay, hab ich. Hey, ich mal über die Rampe. Auch überlegt. Ja. 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 Ja, was? Ganz komisch, ja. Sprung gewesen. Okay. Äh, ach da hin. Du hast wieder eine andere Quest. Ist ja lustig. Hm? Okay. Gut, ich komme mal zu dir gefahren, ja? Wo bist du jetzt? 150 Meter? Na, bei meiner Quest. So. 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 Ein. So. Okay, der andere hat lieber ab. Lass die nicht hinkommen. Und auch ein Robin Hood. Auf der Mülltonne. Voll der Bär los hier. Gut, ich nehme das mal raus. Was ist hier hinten für eine Versammlung? Ist auch tot. So, du hast den Weg gesniped. Geht? Was soll das hier? Geh über Sack. Ja. Was machen die denn hier? Master, we are not alone. Wunder. Geh über Niemann zu? Ewww. Dann bleibt er da stehen immer. Haben wir, die Umgebung ist gecleared. Jetzt. Jetzt, okay. Ich mein jetzt. Scheiße, ich hab die Drohne nicht leer gemacht. Ach man. Okay. Welches Haus ist es denn? Das hier oder das da? Ich hab dann. Okay. Deine oder meine? Ja. Eine. Und das hier, hä? Ja. Ist das Auto hier. Ist das Hotel? Gut. Das ist doch von Ikea das Regal, oder? Ja, Colors. Lustig. Wär auch im Wohnzimmer. Hallo, du bist da hinten lang, okay. Warte nicht. Nein. Na, wo ist er? Oben. Bist du? Ah ja, okay. Oder? Nicht. Hier hinter der Mauer? Oder oben? Nee, da ist einer draußen. Oh, die sind da durchgefallen. Sorry. Alles gut. Ahem. 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 Oh. Ah, achte auf die Decke. Okay. Das ist ein Geier am Dach gewesen. Achta. Was ist bei ihr? Hab ich? Ach. Ist doch noch irgendwo einer. Oder? Nimm mir! Schön. Gut. Hammer. Also meine Vorräte sind oben. Dito. Okay. Treppmaß. Hier geht's aber nur runter. Hä? Wir fahren mit dem Fahrtstuhl. Geht das? Leider nein. Hm. Wo gibt's denn hier hoch? Hier wäre zwar ein Loch in die Decke, aber das ist ja nicht so... Da. Nee. Irgendwie muss man ja rauf. Genau. Von außen? Von außen? Über eine Außentreppe oder so? Probieren wir mal. Haha. Ich bin grad auf den Kopf gehüpft. Ach. Okay. Der braucht noch ein bisschen. Der ist über die Schräge hier, aber... Nee. Hm. Die ist auch nischt. Komisch. Warte mal, hier ist ne Lampe. Hm? Aber die Tür ist zu. Und noch ein roter Büppel. Okay, die machen die Tür kaputt. Das ist ja nicht so nett. Ist okay. Vielleicht geht's ja dann da lang. Nee. Oder so. Welches Licht meintest du jetzt? Hier in der Ecke. Ah, okay, ja. Das stimmt. Hm. Ah, der braucht ja ewig. Aber die Tür ist halt verschlossen, also... Eigentlich sind die ja dann immer offen, ne? Komisch. Hm. Hm. Nee, das POI kenn ich eigentlich auch nicht. Hier hinten? Hier hinten geht ne Treppe hoch. Guck mal, ich stell doch mal Bücher in die Kaffeemaschine. Ja. Aber hier hinten geht auch ne Treppe hoch, ja. Sind wir von da gekommen? Äh, diese Außentreppe, ja. Hier. 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 Ja, von hier sind wir gekommen. Ich bin doof. Incoming enemies, prepare for complex. Gleich hat er's. Na los, gib dir ja Mühe, Junge. Also ich hab Richtung Süden noch einen roten Fleck. Ja. Da muss irgendwo einer sein. Über der. Da müssen wir hin. Okay. Aber wie? Danke. Also von außen ist keine Leiter, nee. Hä? Geh nochmal die Krippe hoch. Also bei mir ist hier auch noch ein roter Punkt Richtung Südwesten. Geht man hier irgendwo durchs Fenster oder so? We are not alone. We are not alone. Also in der Ecke. Hm? Also in der Ecke. Also in der Ecke. Also in der Ecke. Also in der Ecke. Okay. Das ist eine Schreck. Lass im Sanz. Super. Das ist doch nicht wahr. Da ist sonst immer ein Weg. Das höchste hier ist dieses Ikea-Regal und die Uhr. Aber da ist dann auch genau ein Balken drunter. Ich habe gedacht, aber ich habe kein offenes Fenster gefunden. Meine Drohne sagt hier auch immer enemy. Ich glaube, da ist ein Kriecher. Okay, dann können wir uns ja mal hoch stüpfeln. Doch nicht. Ich habe die Tasche gefunden. Warum auch immer muss man sich hier hoch bauen. Und dann kriegst du die da oder was? Ja, die steht quasi, wo du gerade warst, bei der Uhr, auf dem Metallohr. Trotzdem haben wir hier irgendwo noch ein enemy. Also ich denke, eigentlich kommt man übers Dach irgendwie rein. Incoming enemies, prepare for conflict. Auch das knapp nicht für die Schmerzen vor. Aber da ist ein bisschen schwer. Ich bin jetzt auf dem Kopf. Ich bin jetzt hier oben. Dann habe ich dann im Kopf. Ich bin jetztqué. so hier ist eine tasche Komme Komme nicht dran irgendwo auf dem dach muss noch irgendwas sein hast du meine tasche ein zufällig gefunden gar nicht die muss hier irgendwo sein ich meine Stahlpicke aber ich frage mich wie man da hochkommen soll weil wir sind so so richtig vorgesehen war der weg von uns ja nicht so wo es jetzt meine blöde tasche ich werde wahnsinnig irgendwo da irgendwo wo hier 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 sind auch noch das noch richtung süden roter hier irgendwo wiegt sie auch ziemlich schnell soll das denn sein rennt ja so schnell da denkt man den typen der gerade in die wand gebackt war also der ist genau zwischen uns ich glaube der ist da in dem schacht drin ok ich habe ein schlechtes Gefühl das gibt es doch nicht klingt wie eine Orde vielleicht noch unter uns also der kollege ne ja 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 Das war's für heute. Was steckt hier im Boden? 5000. Wow, irgendwas hat mich getroffen. Ich muss hier im Boden sein. Ja, da ist er. Besser. Da ist er nicht glauben. Ah ja, er war es. Tadaa. Unglaublich. Gut. Moped. Der Händler hat ja eh zu, ne? Der hat eh zu. Wollen wir dann hier die Shops hier gleich nochmal durch? Ich bin voll. Ja, stimmt. Dann lass uns zu der Ramschkiste wieder zurückfahren. Okay. Okay. Tschüss. Tja? 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 Ja Ja Kochen? Okay, also das brauche ich nicht. Das auch nicht. Kannst du mit diesen mit diesen Rohrbomben angehen? Puh, ich benutze sie halt schon. Hier schon mal bei mir rein. Ähm, Rohrbomben. Genau, liegen da drin, rechts oben in der Ecke. Okay. Ich habe mich genommen. Vielen Dank. Gern noch. Tagebuch des Jägers, Band 5. Vermutlich habe ich das schon, weil ich dachte, am Anfang kriege ich dadurch mehr Tiere, was nicht so der Realität entsprach. Ja, fast. Patronengott hast du, ne? Ja, habe ich schon. So. Kann ich das da eigentlich auch reinlegen? Mal gucken, ob ich noch eine andere Quest habe. Ja, habe ich. Äh, Stufe 2 säubern. Äh, Stufe 2 säubern. 700 Meter. Okay. Äh, wo ist mein Moped? Richtung Osten. Oh, und, äh. Okay, well, und, äh. Und, äh. Okay. Uh... Goldsmith Residence Uh... Puh, gute Frage. Ja. 300 Meter? 400 Meter? Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Was ist denn das für ein Loch hier? Voll auf den Acker gefahren. Hm. Master, we are not alone. Okay. Da ist immer. Mal durchgehen? Hm. Hm. Okay. 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 Oh, 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 oh. Ja. Ja, ja. Hier geht's hoch. Ging's, glaub ich, runter, oder? Warte mal, weil das ist POI. Ja, hier ist die Treppe, äh, die Leiter. Ah, okay. Aber wir können auch erst hochgehen. Ah, dann kommt nix mehr von oben, ne? Ich denke schon. Okay. 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 Hier gehst du aufs Dach? Hm? Nur Traum. Kommt einer runter? Bei mir nicht. Den Aufgang. Ach hier. Äh, ja. Ja. Schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Alles haben wir alles. So. Süß. Stunden später, ne? Meine repariert mich nicht. Also... Geld meine ich. Was ist das denn hier? Hatten sich die Zombies versteckt. Jetzt müssen wir noch einen runter in den Bild. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ach Quatsch. Uh. Schöne Holztruhe. Ja. Hm. Hm. Ja, ich wollte ja mehr Sachen reinbringen, aber... Hm. Was er meinte, lass erst mal abwarten. Hm. Hm. Ich geh dann über Tische und Sofas und so. Okay. In solchen Böden. Okay. Ähm. Gut. Noch. Okay. Ähm. Gehst du noch einmal hinten rum? Hm. Das ist eine Terrasse mit dem Grö. Ja. Campingstühle. Vier Stück. Das war's. Ok. Dann starte ich die, äh, Quest. Hm. Ok. Gut. Okay. So. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Der war noch nicht fertig. Okay. Schau mal in den gelben Sack da. Ja. Okay, du Rone, jetzt könntest du mich mal heilen. Das wäre sehr nett. Machst du nicht? Ist sie überhaupt kaputt? Hinter mir. Ja, sie sagt sich, nö, einmal die Stunde reicht. Ach. Ah, jetzt. Gut. Gucken wir mal auf dem Dach. Hm. Master, we are not alone. Was ist denn? Wo denn? Auf dem Dach. Und gerade einer runtergeflogen, wach. So, my friends. Mal gucken, wie viel Verbandskästen ich da noch habe in der Drohne. Oh, ich habe auch noch fünf in der Tasche. Was ist denn? In der Tasche, du solltest sie doch in die Drohne packen. Ja, ich habe schon wieder fünf. Ah, cool. Ich bräuchte jetzt quasi nur noch meine Drohne, die da irgendwo festpackt, draußen. Ne. Eine. Den Verbandskasten hat sie noch. Äh, vier hat sie schon verballert. An mich. So. Nehm und. Nehm und. Ah. Tülülülü. Okay. Was haben wir's? Was? Ne, unten noch, ne? Was muss man denn machen? Äh, säubern. Okay. So, unten muss noch irgendwer sein. Ja, klar. Ach, der Keller oder was? Ja, da war dann noch der eine. Ich dachte, der war's. Aber da muss irgendwo anders noch jemand sein. Ja, der ist noch ein Gehörpunkt. Mhm. Ah, fuck. No. Runtergefallen? Ist noch da im Keller, ja. Ich glaub, in diesem Schrank war da nicht dieser Bulle? Stimmt. Hier unten ist gar nichts. Hm. Ähm. Im Schrank war der Bulle, ja. Genau. Ähm. Aber warte, der ist ja noch zu. Naja. Ich wollte mich rantasten. Ach, rantasten. Okay, jetzt hängt er am Schrank. Der ist tot. Jetzt haben wir's. Rück zum Männler. Geil. Fuck. Okay. Alles gelootet. Ja. Was ist hier da, ne? Nehmen wir auch mit. Gut. Hier hatte ich auch alles, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Perfekt. Äh, Händler Südwesten. Was ist denn jetzt wieder? Ach, die Schlange da. Du weißt, die können wir nicht mit dem Moped? Ne, ich bin drüber gefahren. Hm? Macht ja nix. Nö. Die auch. Was? Die Zombies sterben, wenn man die mit dem Moped überfährt. Ähm. Au. Dein Moped aber auch dann irgendwann. Mhm. Yay. 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 Über den Hügel. Anlauf. Und spektakulär. Ach. 1,1 Kilometer, ja, ne? Ja. Oder bist du fast da? Schon da, ja. Er hat noch zu. Alter, gerade repariert dann schon wieder 7 Prozent runter. Wer hat dir hier bei dem Händler gebaut? Äh, Dragon. Black Dragon. Der war aber auch noch kurz da, oder? Äh, er hatte irgendein Problem. Wenn er in der Horde rausflog, kann man nicht mehr rein. Ach so. Er hat auch schon Alkoste. Und was noch war, ja, nicht. Ach so. Ja, ja. Ist ja der Eingang. Kommt man eh wahrscheinlich nicht rein. Das umranden mit den Rahmenblöcken ist eigentlich ganz cool, fände ich, für die Löcher. Mhm. Da weißt du direkt, da ist irgendwas. Weil's halt so viele sind. Einmal hab ich ein Ding gesehen, da hat er einer so richtig so ne, so ein Treppengeländer darunter gebaut und so. Laufstege. Das war geil. Wie so ne offene, also offizielle Mine. Keiner zu Hause. Hm, oder noch ne Stunde. Alles voll auf Munition hier. Das sind Geschütztürme. Das sind Geschütztürme. Ach. Naja. Aber wo ist er denn hier reingekommen? Hier vorne, durch sein... Du meint das, ne? Hier unten irgendwo. Nee, warte, das war hier hinter, hier, schau mal. Das kam mir ein bisschen komisch vor. Aber kann man sowas selber bauen? Glaub nicht. Also die Leitplanken weiß ich nicht. Das hier kann angemalt sein, das geht. Also das hab ich schon in einem anderen Spielstand gesehen, so. Okay. Tja, wo könnte der rein? Hier ist ne Leiter. Ah ja, klar. Ja, und dann oben. Da war ich grad. Hab mir einfach hochgeframed. Ja. Und ist die Stahltür. Ja, schade. Hau'n schöner Bau. Hm. Und ich hatte auch schon was angemalt. Ein Block. Ja, ein Block. Why? 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 Das Ding da hinten? Das Ding da hinten? Das sieht mir auch lustig aus. Okay. Oh. Okay. Und dann von oben? Ja, da oben. Da hat man die überhaupt getroffen, Mann? Von der Höhe? Ja. Das ist ne Leiter. Muss man aufpassen, dass er nicht ins Loch hüpft. Da komm ich nicht dran. Nee, ich auch nicht. Sieh. Ich skillparcours nicht so hoch. Wegen Ja. Wegen der Schächte. Da kann schon mal passieren, dass ich dann zwei hochspringe und einen Block setze. Aber das sehe ich natürlich nicht. Weil ich kann ja im Schacht nicht an dem Block, den ich gesetzt habe, vorbeigucken. Achso. Deswegen bin ich dann immer geduckt. Ja. Ich bringe halt einen höher. Ja. Und gucke eigentlich auch immer noch auf die Höhe. Ist ja cool, von hier in den Händler zu gucken. Die Landeplattform für den Helikopter, die ist ja beleuchtet. Ach. Da muss ich mal gucken, komm. Oh ja. Weil man da nicht landen kann, weil wir ja wissen, wir landen schon. Und ich starte. Landen schon. Es gibt ja Mods, die haben so richtige Bell und so Hubschrauber. Hatte ich bei Hasi, habe ich das zuletzt gesehen. Und damit kannst du halt auch senkrecht starten und landen. Okay. Aber vielleicht hat sich irgendwie der Chef von den Funpims als Kind mal so ein Ding gewünscht. Und Papa hat ihn damit nie fliegen lassen. Und jetzt müssen wir halt mit den Dingern klarkommen. Sieht aus. Sieht aus. Hallo. Ich bin schon wieder voll. Und jetzt mal denke ich auch an die Knarre. Sehr gut. Hallo, Traveller. Prices are fair hier. Na klar. Du musst erst mal was kaufen, mein Freund. Das da. Das will er nicht. Das da. Das da. Okay, du kannst, äh... Bist du neben mir? Nee. Okay. Ich muss hier erst mal Platz schaffen. Ein Fertigungsfertigkeit-Zeitschriften-Paket. Hm. Ja, ha. Why not? Und warum nicht noch mal? Puh, noch mal. Hm. Hm. Jetongs 5000 als Belohnung. Oh. Und ein AK-47-Paket, was kann das sein? Ja, vielleicht Teile für die AK- und Muni? Ja. Oder ein Nahrungspaket. Hm. Hm. Ja. Also verkaufen könnte es die Teile wahrscheinlich für die AK besser. Besonderen Aufträge. Stufe 3, Handelsroute eröffnen. Yay! Jetzt habe ich 10.000 Dukes. Sag mal, hast du überhaupt, ähm... Von zwei Missionen? ...einen Revolver in der Hand, diese Desert? Magnum. Die Dukesbombs. Sieht so lang aus bei mir. Äh, das ist die N90. 60. Okay. So, kauf erst mal dies, das. Was ist das? Ah, ich habe ja noch ein Buch. Tu ich dir in den Trinkwasserbehält, ja? Ja. So, und jetzt nehme ich den Stahl. Habe ich auch genommen, zweimal 50, also 50 gesamt. Hm. So, dann kann die weg. und was hat, achso, wir waren ja vorhin schon hier. Der wird jetzt nichts anderes hier haben, was ich brauche. Meine Drohne, komm mal her. Der hat Sir zu dir gesagt. Ja, ja. Tomaten oft da oben hat er. So. Na bitte. Und schon haben wir wieder 20k ... 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 Ja, natürlich. nicht okay das buch kannte ich noch nicht dankeschön ja keine erbsen keine aufgaben stufe 3 ja perfekt befallene ich glaube wir können uns hier auch eine kiste machen naja ja naja ich habe ein bisschen was verkauft also mir ist jetzt nicht so notwendig wieder ein bisschen platz geschaffen ich mach mal hier ein und das schild ok ja 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 also die grabe quest 500 meter von hier die drohne die 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 Mein ist 1,4 Kilometer genau nach Norden. Können wir erstmal zu dir mit den 500 Metern, oder? Da müssen wir Richtung Westen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. ok nein aber nicht auf die nicht an die straße daneben ist daneben würde ich sagen also dann wo war ja alter schwede ja super geht ja gut los soll ich hier oben bleiben wie du magst also du brauchst ja eher kleine das schwede ja es waren ein bisschen viel doch alter schwede und die sind alle weg na super kommen schon wieder welche ich sehe schon die rennt da die uchi konntest du die quest jetzt abschließen erinnern ich habe es noch nicht gefunden okay kjapsa okay he's spawning ja 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 Okay, für mich ist sie ja, äh, finito. Ist halt echt unter der Straße, ne? Mhm. Glaube ich, also bin ich jetzt unter der Straße, mal gucken. Na, geht so. Okay. Geht so. Ich glaube, fast diese Standard-Money bringt gar nichts, äh, ich muss echt die Panzerbrechende machen. Ja. Mach dir mal ein, äh, hm? Mach dir mal ein, äh, hm? Okay. Okay. I'll get it done. Ich will den Schatz jetzt schon. Ja, ja. Okay. Feier. Jetzt noch zu machen. Hm. Wie thingy. Dann. Ich will den Schatz, wenn ich dich nicht fertig nemin wuche. Wir sind gut, aber ich will den Schatz. Ich will den Schatz, wie gut aus, wenn ich die Schatz. Ja. Ich will den Schatz. Ja. 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 Super. Super. Okay. Okay, dann zu der anderen. Befallstufe 2. Hast du? Noch nicht, aber ich folge dir und aktiviere die dann. Okay. Dann wird er in der Stadt. Bei dem unauffälligen Roten Haus. Mhm. Hinter meiner Kramkiste. Die voll ist. Nein. Nein. Ach, dieses Sortieren. Mhm. Button gedrückt. So, gut, dass ich Moni hier gelassen habe. Mhm. Mhm. Hast du noch ein Schroten, Moni? Äh, nein, habe ich. Alles gut. Klar. Du konntest nicht widerstehen. Hä? Hä? Nicht übers Feld. Ah. Oh. Okay. Ich aktiviere erst mal die Quest. Okay. Ah ja, hier. War ich noch nie drinne. Oh, schön. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Mhm. Fertiges Haus auf Rädern. Wo war das? American Truck Simulator, da habe ich so ein Haus gefahren. Ah, cool. Wie sich sowas in echt gibt. Also, der Ausmaß, in dem Ausmaß. Ja. Ja, wie, das war es schon. Die eine Etage, ne? Okay, hier geht's ja noch hoch. Bleh. Oben ist der dicke Loot. Okay. Ich habe schon mal die ehemaligen, äh, Bewohner, wendigt. Ach. Okay. 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 Hallo! Also hier ist schon mal ein Getornister? Genau. Und hier hätte man auch reingehen können. Ah ja, okay. Gut. Okay. Sechser Drohnen eingepackt. Cool. Ach ja. Okay. Okay. Von draußen sieht das Haus größer aus als von innen. Hier ist noch ein Hund. Wo? Ein Anhänger. Okay. Hund ist dann. Okay. Ich bin ein Messer, Jenny. Gleithundi. Hier. Okay. 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 Let's go. Ach, das ist meine. Ja. Oh, ein Polizeiauto. Cool. Können wir nachher gucken. Ich hab ich Hesene von oben. Mein Sehen hat etwas zu tun. Nein! 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 Ich hab mir das. 2 ja ist rein probier den mal das ist total geil herrscher zeit das ist richtig und macht keinen sound also so viel dazu du 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 hüpf Zwei Stück. Clear. Okay. Ich habe ein paar mehr. Sehr gut. Ich habe den schön die Beine weggeschossen. Hm. Wie konntest du mit deiner Keule? Bäm. Quasi. Oh, hier ist noch alles voll. Oh mein Gott. Zurück. 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 Okay. Ah, hier kommt das Loch. Ich habe mich vorhin gewundert, wie man da hochkommt. Da muss man nicht hoch, die kommen da runter. Okay. Irgendwie eine Kreische rein. Hast du die Medical Journals gelesen? Alle? Äh, ja. Ja. Ah, ja. 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 Stangen. Das war das. Gut. Ey. Haben wir. Das waren die Befallenen. die Befallenen. Mhm. Äh. Wie war da noch der Hund in dem Anhänger? Ja. Bis jetzt, äh, sei er still. Hast du noch, ähm, fürs Polizeiauto die Dinger zum Knacken? Äh, die Töche? Ja. 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 Oh, okay. Okay, ready? Knackt. Zehn Sekunden, neun, acht, sieben, sechs. Nein, ich habe keinen mehr. Okay, gut, dann muss er hier stehen bleiben. Warte. Nein. Gut. Hm. Also aufkloppen wollte ich den jetzt nicht. Naja, und hier? Und hier? Und hier ist das? Und hier ist das Hundi drin, ja. Nö. Äh, weh. We are not alone. Ach, zwei. Na hopp. Krass. Psss. 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 also ich gebe die quest noch ab und dann muss ich mich verabschieden es wochenende ist leider schon wieder und er lässt sich gut verkaufen und Oh, okay. fernlicht aus gehabt ach so wie ma moin sorry betty lenkt mich immer ab dieses auto hat mich abgelenkt ich musste kurz mal anhalten so er geht's kriegowende keine ahnung mechanische elektrische teile klar nehme ich die mit warum habe ich die nicht mitgenommen das war nicht so abbauen meinst du keine ahnung keine ahnung keine ahnung drohne wo bist du mal rein du hast mein geld was habe ich denn gelernt oh ja für irgendwann wieder habe ich eine neue quest angenommen ich habe den chamwaze noch genommen gut wann ist wann ist heute morgen pack ich mein char wieder hier und dann sage ich mal gute nacht und gute nacht auch an chat und bis bald alles klar ja dann schlapp schön ja danke dir noch viel spaß ja viel dank ich gehe gleich auch mal was essen aber dann hier war noch eine süße ja ja Okay. Da können wir auch fliegen. Da können wir auch fliegen. Ich denke immer, die Kiste ist kaputt, weil die so brennt. Aber ich halte es gut. Ja, Gregor, das habe ich noch nie gemacht. Also, tatsächlich dieses ganze Zeug auseinandergenommen. Habe ich nie gemacht. Die ganze Bude, ne? Guck mal hier, Vorarbeiter seine Pyramide. Ist halt ganz witzig. Ich habe so eine Kaffee-Kette gebaut damals in dieser 3D-Welt. Immer wenn ich in eine schicke Welt kam. Und so von wegen CI, Corporate Image, genau so sah das aus. Kein Scheiß. Immer so eine Glas-Pyramide gebaut. Mit genau denselben Elementen. Also diese Eck-Kiste. Voll geil. Singapur hatte da eine Welt. Und von denen habe ich irgendwie so eine silberne Nadel bekommen für besondere Dienste. von der Stadt. Teil verrückt. Hab die nur mal in einem Livestream gezeigt und halt eine Filiale da gebaut von meiner Kaffee-Kette. Damals gab es auch schon so virtuelle Stars. Virtuelle Sängerinnen. Also speziell eine. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die heißt. War wahrscheinlich die erste überhaupt. Also so mit Plattenvertrag und MySpace-Account. Das ist schon selten genug, dass ich Autos auseinandernehme. Also wir müssen von Westen rein. Langsam nimmt es ja Gestalt an, ne? Naja. Wenn es mal auftaucht, dann wird er verschwindet. Ich meine, da ist doch nichts eingestürzt, oder? Ja. Okay. Ich glaube, das kann ich jetzt tiele down. Okay. 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 I'm calling it. Warm. Ah. Ah. Ich muss noch mal. Ich muss noch mal hier hoch. Komm. Danke. Oh. 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 Vielen Dank. Spianta. 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 Auch eine super geile Fläche, um mal den Monitor sauber zu machen. Zum... So, noch ein Buch. Klingen freigeschaltet. Einen Speer baue ich noch, okay? Ich habe es nicht aufgewacht. Ich habe es nicht aufgewacht. Ich habe es nicht aufgewacht. Du bist aufgewacht. Schönen Lärm machen Schönen Voll Uff Schönen Schönen Alles voll. Autosachen. Motor-Werkzeugtank. Ist nicht für ein Auto, ne? Motor-Werkzeugtank. Korinther. Für einen Bohrer. Ja, dann ist alles noch verwaffend. Kommen die Sachen mit hier rein. Gut. 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 craving Okay, for now. 3% Vaya. Okay. Gut. Elf Uhr. Ich würd sagen, ich hol mir mal irgendeinen Scheiß noch. Ich komm ja schon. Ich brauche, ich versuche hier zu sein. Ich bin ein paar Hände weg. Okay. Ich bin ein paar Hände weg und habe mir eine ganze Zeit stehen. Wir sind ein paar Hände weg. Ich ist kein Punkt, was wir wieder zu Hause haben. Ich bin ein paar Hände weg. Ich bin ein paar Hände weg. Er ist ein paar Hände weg. Ich kann ihn nicht nachdenken. Ich bin ein paar Hände weg. Keine und zu oben? Oh, oh, oh. Super. Und hier ist auch wieder keiner am Server, das heißt die Zeit bleibt stehen, das ist auch gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ja, dann mache ich das so. Halbe Stunde Pause. Ich habe noch gar nichts gegessen heute. Tatsächlich. Ja, das war doch schade mit dem, es hätte auch nicht gereicht mit dem Wall-E, aber den mache ich nochmal. Das war eine gute Idee. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich bei den Asiaten draufkam, den zu bauen. Aber ja. Alles zu Strom in Seven Days. Wir spielen immer noch alles da, field. Außer Mike. Außer der Mike. Ich schicke ich euch mal zu dem Fellow Seven Days Player. Und was der Grace Prophecy Test. Ja. Oh mein. Sieht ja fast aus wie ein Star Trek-Gui. Ja, dann viel Spaß dort. Und. Schönen Gruß. Und. Ja. Ja. Ich schicke ich dir nachher nochmal. Wenn nicht. Danke fürs Reinschauen. Und äh. Schonmal. Gute Nacht in den Montag. Und wenn nicht. Na. Ich bin nachher nochmal da. Und sag mal Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Vielen Dank.